Yo Leute, Faskelablässchen kommt zu einer neuen Folge Never's a Spooker! Was ist das? Ist der Finger oben? Will man nicht laufen? Willst du was sagen? Ich will der Alarm besser sein, wie keiner vor mir wacht So Leute, heute gibt's ein Dönerwettessen, mal schauen, wer von den beiden gewinnt. Bestrafung wird eklig. Die beiden haben gehungert heute. Extra sich gut vorbereitet, obwohl du hast ein bisschen gegessen, ne? Ich hab ein bisschen gegessen. Aber er traut sich was. Er ist sehr, sehr zufrieden. Das letzte Mal beim Dönerwettessen hat Tadja gewonnen. Viele Leute meinten, was bist du für ein Türke? Was bist du für ein Türke? Was bist du für ein Türke? So Leute, die Tür ist halt ausgepackt, das kann losgehen. Die sehen ein bisschen klein aus, aber gut, wussten wir nicht. Derjenige, der das zuerst aufgegessen hat, hat gewonnen. Gratulierer hat dann halt bestraft. Und... Ich will was sagen, bevor es losgeht hier. Willst du irgendwas mir sagen, Digga? Willst du irgendwas sagen? Warte, warte. Aber willst du irgendwas sagen, Digga? Ich will was sagen. Was willst du sagen? Willst du was sagen? Let it rain. Einfach nur als Motivation, an eure Stelle würde ich nicht verlieren bei der Bestrafung. Es geht los in 3, 2, 0. Boah, Digga, Ratschel ist schon halblich. Boah, Digga, Ratschel ist schon halblich. Ey, fünfmal Ratschel, Digga. Oha, Eibus riecht aus, Digga. Eibus schon die Hände weg. Boah, schluss, 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 schluss. Runter, 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 runter. Wie? Ich schluss, verlier dich. Ich schluss, verlier heute nicht, ehrlich. Ey, guck mal, wie weit Ratschel ist, Mann. Guck mal, wie weit Ratschel ist, Mann. Ey, wie die Barbaren essen die Jungs. Ey, guck mal, ey, Eibus auch voll weit. Eibus riecht fertig, Digga. Ey, Flügel, mach. Oha! Digga, da ist das so krass abgebissen, als wäre das ein Kopf oder so. Einfach weg damit. Ey, der ist gleich fertig, Ratschel. Du musst erst schön beeinflussen, sonst hat Eibus gemacht. Du hast doch was im Gesicht, Digga. Oha. Ey, Eibus, holt auf, holt auf, holt auf, holt auf. Komm weg, komm weg, komm. Ey, Eibus ist gleich fertig, Digga. Eibus, dann war das. Komm weg, komm weg, komm weg, komm weg. Na, du darfst aufdrehen. Ey, Eibus gewinnt gerade. Ey, Eibus gewinnt gerade. Eibus gewinnt gerade. Ey, und wir haben gesagt ohne Erster vor. Digga, Eibus hat das saved in der Tasche, Eibus hat das saved in der Tasche. Warte, 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 warte. Oh, das war gegen Disrespect und Eibus, Disrespect in der Building York. Eibus, ey. Egal, was war es mit, du? Eibus gewannet. Woa, ha, 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 ha. So Leute, wir sind auch schon bei der Bestrafung. Und zwar gibt's heute... Tim. Wie jeder weiß, Zimt kann man nicht runterschlucken, aber wir probieren das einfach mal, ne, vielleicht brichst du ja die Gesetze, Digga Und das wären 3 Löffel Zimt Ey, ey, du hast noch was an meiner Nase Weißt du, was das Ding ist? Was ist? Trotzdem hab ich gewonnen Uuuuuh Macht es, wir machen Strafen, kein Bock jetzt hier Hau das Ding da rauf, Digga, und ich schluck das Ding runter, das war Feierabend für heute Zweimal, ne? Ja? Zweimal haben wir gesagt Drei Wacht, zweimal Oha, das waren 3 Löffel Drei Löffel Wir haben nicht genug Akku, Digga, wir können nicht schlucken, ne Warte, ganz kurz, warte, 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 die Logik, warte, die Logik, das kann man nicht schlucken, ne? Richtig Und ich hab 3 Löffel essen, ne? Richtig Das ist gut, mein Bro Das ist gut, mein Bro Man kann sich schlucken, ich hab mal 3 Löffel essen Ja, Digga, hast du bestrafen, was glaubst du denn? Ja, ich bin mit dem Sieggein Warte, ich muss kurz rief, warte, aufstoßen Drei, zwei Warte, aufstoßen wieder, Digga Ah, okay Los Drei, zwei Ey, wir haben nicht genug was trinken davor? Nein, Mann! Nein, Mann! Du hast einen Schluck Wasser, Digga Ja, wir teilen es gleich, wir müssen aufstoßen Zwei, eins, runter schlucken Au! Ey, was kann man überhucken? Ey, du macht doch Geld Hey, schluck doch! Guck, 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 ich versuch Ja, ich schluck jetzt runter, Mann Ey, Digga, hast du nicht mehr Wetter, Digga Ajo, Digga, bist du nicht mehr ganz dicht in der Bühne? Nee, ehrlich, Digga Das ist genauso viel wie Mumbo eben Ja, Bruder, ich hab doch gerade gesagt, das war zu viel, Digga So Achso Achso Ja, Bruder, jetzt zeig ich es jetzt, das krieg ich ja nicht wieder rein Wie viel denn, Junge? Geh 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 So Diesmal probier es einfach Ey Ey So, Leute, das war's mit dem Video, wir hoffen, was hat euch gefallen Raja, Digga, du hast es echt gut gemacht, bestraft und gut durchgezogen Ey War vielleicht ein bisschen viel Ey, Leute, nicht nachmachen, lasst das jetzt hin Ich bin ehrlich, ich bin fast erstickt, Digga, alles voll, alles versammelt sich hier, du kannst gar nicht schlucken Ja Weißt du, wie ich der nächste Mal eine Stelle gebe, kümmer das, was ich dachte mir mal hier Das übrigens ist Bob, ne, das ist unser neuer Freund Aber jetzt in der Szene ist Bob Aigo, das ist Aigo Okay Aigo, wie geht's, Ruder, guck mal, ja Wow Bob, Digga, das muss nicht sein, Digga Ja, ja, hallo, hallo, Junge Wollt ihr mich schlafen, geht? Wollt ihr sie klären, oder was? So, Leute, das war's mit dem Video, Snapchat, Instagram, Video, alles in der Beschreibung, wir sehen uns bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal